Also ich wollte sagen, dass etwa zu dieser Zeit die Verwirrung durch die... Und die Verwirrung wird all jene verwirren, die nicht wissen... Und niemand wird wirklich genau wissen, wo diese kleinen Dinge zu finden sind, die verknüpft sind mit einer Art von Handarbeitszeug, das durch die Verknüpfung verknüpft ist. Und zu der Zeit soll ein Freund seines Freundes Hammer verlieren. Und die Jungen sollen nicht wissen, wo die Dinge... die jene Väter erst um 8 Uhr am vorhergehenden Abend dort hingelegt hatten, kurz vor Glockenschlag.